Hallo ihr Lieben, es ist bald Halloween und ich habe mich mal ein bisschen umgeguckt in der Bücherwelt nach Halloween Book Tags und mir ist tatsächlich aufgefallen, es gibt einige Halloween Tags, aber auch keinen für die Buchwelt und deswegen dachte ich, ich erschaffe jetzt meinen eigenen Tag. Ich nenne ihn Bookish Halloween Tag und ich lege einfach mal los. Erste Frage, es gibt insgesamt sieben, ist natürlich thematisch ein bisschen passend. Ja, was ist das gruseligste Buch, das du jemals gelesen hast? Muss ich dazu sagen, meine Gruselfase war so von, keine Ahnung, 14, 15, 16, 17. Das ist jetzt viele Jahre her, ich kann euch also keine wirklich aktuellen Gruselbücher nennen, weil ich das hinter mir gelassen habe. Aber ich kann euch nennen Friedhof der Kuscheltiere. Habe ich gelesen mit 15, ich fand es sehr schaurig, vor allen Dingen mit dem Baby, was dann wieder erweckt wurde auf diesem Indianerfriedhof und das war auf keinen Fall schön und daher gruselig. Zweitens, welches schaurige Buch oder Reihe willst du noch lesen? Und da habe ich mir zum einen rausgesucht, ich rereade die Resident Evil Reihe, das ist jetzt der erste Band, den habe ich schon gelesen, tut da unnötig zur Sache. Ich habe die auch schon mal mit 15 oder 16 gelesen, aber ich freue mich auch schon auf die Zombies und das Geschnetzel. Und außerdem habe ich jetzt noch so eine Art Kinderbuchreihe und zwar Lockwood und Co. habe ich den ersten Teil auch schon gelesen, ich habe den zweiten und auch den dritten noch eingeschweißt. Hier und diese zwei Grusel-Schauer-Kinderbücher möchte ich demnächst lesen. Drittens, was ist deine liebste Grusel-Kinderbuch-Geschichte? Und das ist nicht Lockwood, sondern ich habe, ich glaube es war mit 12, 13, 14, verschlungen die Gänsehautbücher von R.L. Stine. Ich glaube Robert Lawrence heißt er, ich kenne bestimmt viele von euch, wurde jetzt durch den Kinofilm nochmal aufgelegt. Die habe ich wirklich geliebt als Kind, Jugendlicher, nein, ihr wisst schon. Viertens, was ist deine liebste Romangestalt aus einem Kruse? Oder Horrorroman und da habe ich aus Resident Evil 1 die Jill Valentine. Das ist eine richtig coole Kick-Ass-Heldin, die Schlösser knacken kann und Zombies niedermetzelt und dabei auch noch einen hübschen Knackarsch hat. Ja, und ich habe noch eine Horror-Lieblingsgestalt und zwar die Mumie, also Imhotep aus dem Buch zum Film. Ist ja eigentlich ein Film, aber das Buch habe ich trotzdem gelesen. Ja, fünftens. Welches Buch aus deiner Bibliothek hat das schaurig schönste Cover? Ja, da muss ich natürlich ein bisschen suchen, weil da ich nicht so viele Horrorbücher zur Zeit lese. Ich habe zum einen gefunden, die Insel der besonderen Kinder. Wenn man sich dieses Mädchen anguckt, das Gesicht, ich finde das schon gruselig. Und dann habe ich noch entdeckt Resident Evil. Das ist das Manga, Heavenly Island und man hat quasi hier eine Zombie-Bikini-Schönheit. Ich finde die auch entsprechend gruselig. Ja, sechstens. Was ist deine schlimmste Horror-Szene aus einem Buch? Generell alle Szenen, in denen jemand lebendig begraben ist. Ich weiß, manche stehen darauf und es gibt denen einen besonderen Thrill-Effekt. Bei mir ist es so, ich bekomme da tatsächlich Herzrasen bis hin zu einer Panikattacke, weil ich mir das immer selbst vorstelle und lebendig begraben zu sein ist für mich ein No-Go. Und ich habe jetzt kein Buch. Ich weiß, dass ich diese Szene entweder schon gelesen oder gehört habe. Aber es gibt eine Szene aus einem Nicht-Horror-Buch, nämlich das Gegenteil von Einsamkeit. Es ist kein Horror-Buch. Aber dort beschreibt die Marina wie jemand, also wie ein U-Boot fährt die Elektrik aus und das stürzt ganz weit in die Tiefe, kann nicht mehr geborgen werden. Und die Menschen dort drinnen warten tatsächlich auf den Tod. Sie sind mehr oder weniger dadurch auch lebendig begraben. Fand ich auch nicht schön, als ich das gelesen habe. Und siebentens und letztens. Von welchem Buch würdest du aufgrund seines Kruse- oder Horror-Faktors zart beseiteten Gemütern eher abraten? Und auch da muss ich sagen, wieder Friedhof der Kuscheltiere wegen des Babys, was da wieder geboren wurde und die ganzen Vorstellungen. Also mich hat dieses Buch tatsächlich geprägt. Meine große King-Phase war mit 14, 15, 16, mit 18 habe ich alle Bücher abgestoßen. Bis auf The Green Mile ist das Einzige, was ich entdeckt habe, was ich vom King noch habe, weil das ist die Erstausgabe von 96. Da ist jedes Band noch einzeln erschienen. Ja, du hast gepiept. Und ich glaube einmal pro Monat erschienene Einteile sind insgesamt sechs. Und deswegen habe ich diesen King noch. Ansonsten habe ich mit dem Thema erstmal abgeschlossen. Ich kann ihn nicht mehr lesen. Also nicht, weil er so gruselig ist, sondern ich persönlich finde ihn sehr langatmig. Aber Friedhof der Kuscheltiere hat mich trotzdem geprägt. War glaube ich auch mein erstes King-Buch damals. Ich war mal ganz jung. Gut, das war es auch schon. Mein Halloween-Tag. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß damit. Damit der entsprechend ein bisschen floriert, tagge ich natürlich auch noch Leute. Ich könnte jetzt nicht 1000 taggen, weil wenn man die erste ist, da hat man natürlich noch die freie Wahl. Ich habe jetzt 5 rausgesucht. Und wenn den Booktubern das entsprechend gefällt, können sie ja dann auch wieder Leute taggen. Und dann läuft die Sache bis Halloween. Also, ich tagge die Sarah von Bookmarked, die Caro von Kamara Reads, den Phil von Philso-Sophie, die Nicole von Nikis Buchecke und natürlich die Hoheit Lady of the Books. Das sind die 5, bei denen ich auf jeden Fall gespannt bin. Und natürlich auch alle weiteren, denn es ist bei Telowin. Ich habe schon dekoriert. Ich freue mich übelst. Herbst ist so meine liebste Jahreszeit. Und das sieht man auch an den Unmengen von Deko-Material, die sich überall in meiner Wohnung verteilt. Ja, deswegen freue ich mich schon auf alles, was diesen Monat noch passiert. Ansonsten bin ich schon gespannt auf die Antworten und wir sehen uns dann bald wieder. Tschüss!